Hallo und willkommen zu diesem Review. Ja, heute mal mit einer Bridge von Cthulhu 850 RBA für Borotanks, eine RDL Bridge oder vielleicht auch für manche DL, für mich eher RDL und ja, wir gucken mal was da so alles mitkommt, wickeln das Ding und dann kommen wir zum Fazit Pro und Contra wie immer. Ja, in diesem Kartan wird die Cthulhu Bridge 850 RBA geliefert und wir gucken mal was da so alles mitkommt. Ja, hier in dem Schaum gebettet liegt dann diese Bridge im Tank vorinstalliert und wir haben dann hier ein paar verschiedene R-Pins quasi, das sind hier 1,5, 2,0, 2,6, 3,2 und 3,8 mm, bei mir jetzt nicht mehr so ganz in der Reine. Ja, und dann haben wir hier noch ein Tütchen mit Ersatzdichtung und ja, diese kleinen Schräubchen, um die Köl zu befassen und ein kleiner Insechskantschlüssel. Ja, und eine, ja, keine Bedürfnisse Anleitung eigentlich hier am Start, sondern nur so eine Zeichnung und Beschreibung, was welches Teil ist. Und ja, da kann man dann auch bei Cthulhu auf die Internetseite gehen, um da vielleicht noch ein paar Informationen rauszusaugen. Ja, schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier an. Wir haben ja hier einen Kunststofftank quasi, ja, das ist aus PCTG, ja, der kann also auch etwas aggressivere Liquids vertragen. Und das Schöne an dem Tank ist, also, ich habe jetzt keine Informationen genau gefunden, aber ich meine, das wären 6 ml Pasten hier rein. Und das Schöne an dem ist auch hier, dass wir hier oben die Befüllöffnung haben, ganz in der Ecke, ja, da können wir also bequem betanken. Und auch, manche haben das hier unten in der Mitte oder so, ich finde das hier oben immer besser. Ja, ja, mit Gumminupsi und haben wir ja auch in der Ersatzteiltüte gesehen, da ist auch nochmal Ersatz mit dabei. Und das ist dann hier unten, haben wir so Metall. Ich gehe mal vor, dass das so ein Alu ist. Bin mir noch nicht ganz sicher, habe da auch nichts zu gefunden. Auch nicht hier in der Anleitung oder so. Ja, wir haben dann hier, die Luft kommt von hier vorne eingeströmt und aber auch von der Seite. Kommt immer natürlich darauf an, was man da für ein Gerät, wo man das drin verwendet. Und wir können das also hier auseinanderziehen. Das mache ich jetzt mal hier. Haben dann hier unten eine Dichtung drauf sitzen mit so, ja, zwei so Lippen quasi, die das Ganze abdichten. Man kann also quasi, selbst wenn der Tank ein wenig betankt ist, dann mal das hier unten abziehen und auch das Deck entnehmen. Das sitzt also nicht zu feste. Man kriegt das also immer noch heraus. Meines Erachtens finde ich es noch ein bisschen zu locker. Das schauen wir uns dann gleich an. Und dann hier oben, ja, den Rest kann man hier auch entnehmen. Diese quasi Glocke mit dem Kamin oben dran. Den kann man auch hier entnehmen. Das sitzt dann hier mit einem Ohrring, wird das hier gehalten. Hält ganz gut, nicht zu locker, nicht zu fest. Wunderbar. Und hier haben wir dann das kleine Logo drauf sitzen. Ja, wen es interessiert, wer da vielleicht auch andere Blödsches hier reinmachen möchte, gibt ja den Krakentank auch separat zu kaufen. Ja, da kann man mal vielleicht mal hier innen messen, damit wir ungefähr wissen, wie breit das hier ist. 14,45 ungefähr, ja. Und hier haben wir ein Maß von 22,99. Ja, ein Durchmesser von der Büt hier 12,98 Millimeter und eine Länge von 39,47 Millimeter. Ja, wenn das Ganze hier zusammengesteckt ist, seht ihr auch hier und gleich hier diese kleinen Öffnungen. Da kommt dann die Watte ein wenig raus. Da, wenn wir die Watte verlegt haben, durch die Coil, stecken wir quasi die Kammer hier drauf. Und dann haben wir hier die Watte rausgehoben. Und das schneiden wir dann hier bündig außen und ab, machen das so ein bisschen fluffig. Und dann kann da das Liquid schön aufgenommen werden. Ja, schauen wir uns nur das Deck an. Ja, wir machen das ja mal direkt von hier unten. Fangen wir mal an. Das ist dann die Luftschrauben. Die kann man hier abdrehen. Das ist hier also mit Gewinde. Und da sitzt auch unten eine kleine Dichtung unten drauf. Also quasi der Peak-Isolator auch gleich mit. Und ja, hier haben wir diesen Airflow-Pin. Und ja, das müsste jetzt hier die 3,2 Millimeter sein. Die habe ich hier gewählt. Hier steht leider nirgendwo das Maß drauf. Das ist dann leider schade. Ja, also da muss man ungefähr immer am besten schön die Reihenfolge einhalten. Dann findet man das einfacher. Ja, das wird auf jeden Fall eingeschraubt wieder. Und das ist jetzt dadurch, dass die Schraube ab ist, kann man hier diesen Buspol entnehmen. Und dann auch mal vielleicht sauber machen oder so. Da sitzt auch der Isolator drauf. Und ja, wenn wir das wieder festmachen, die Luftschraube wieder reindrehen, dann ist das auch wieder hiermit befestigt. Das machen wir jetzt das Ganze mal. Einfach nur leicht. Anziehen. Mehr nicht. Dann gucken wir mal hier oben. Wir haben hier in Sechskant-Schrauben, um die Coil zu befestigen. Das ist hier 1,3. In Sechskant passt da rein. Wir haben an den Seiten, hier sehen wir, wenn die Coil also hier reingesetzt wird, kommt ja die Watte hier runter und dann läuft die hier in diese kleine Kante rein und kommt dann außen, haben wir gerade gesehen. Durch diese Öffnung wird die Quasi, ja nicht eingeklemmt, aber gehalten die Watte, also sollte nicht zu fest stopfen, sagen wir mal, dann sonst wird die Liquidzufuhr abgewürgt quasi. Ja, wir haben hier die Öffnung, also für die Coil, wenn wir die hier die Schrauben rausdrehen, dann sehen wir, hier setzen wir ja die Keule rein mit den Beinchen. Und vielleicht könnt ihr es hier ein bisschen erkennen, hier ist also eine leichte, leichte Vertiefung rein gefräst, das heißt, der Draht wird da ein bisschen gehalten. Finde ich ganz gut, man hat auch schon Platz, man kann mal gut die Beinchen einlegen und ja, kann die Keuls hier wunderbar befestigen. Man kann also die Schraube hier ganz rausdrehen, sodass ihr da Platz habt. Ja, dann die Luft, kommt von hier unten, klar und trifft unter die Keulen, so vielleicht, naja, so zwei Millimeterchen davon entfernt, passte bei mir mal ganz gut. Ja, wir setzen da jetzt eine 6-Coil Alien RDL Closed rein, das ist so, ja, für restriktives DL, 6x32 Gauge, der Kerndraht und 38-Gauge Manteldraht, NE80, 3 Millimeter im Innendurchmesser, 3,5 Umdrehung, soll rauskommen, Single 0,267 Ohm. Ja, wenn wir die hier rausnehmen, sind die schon quasi, ja, die Beinchen so geformt, dass sie da gut in das Deck reinpassen. Ist ein bisschen, ja, nicht zu groß, aber füllt schon ganz schön die Fläche aus, aber das sollte noch gut passen. Das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf, ziehen da Watte durch und dann quatschen wir nochmal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, weil wir das Ganze fertig gewickelt haben, ihr seht, hier steht die Watte raus, ich habe sie etwas mehr als bündig abgeschlossen, also etwas überstehen lassen und dann nochmal so ein bisschen fluffig gemacht außen, sodass es quasi abgedichtet ist. Ja, dann stecken wir das Ganze wieder drauf, ich mache hier das Logo vorne zu den Lufteinlässen und ja, dann steckt ihr das hier unten auf, dass es dann hier in die Dichtung reingeht, hier unten. Und dann haben wir quasi die RBA unten schon aufgesteckt und dann nehmen wir das Ganze, hält ja hier zusammen, können wir dann hier unten einstecken und hier oben in das Loch hier einführen. Und da ist es dann auch nochmal gedichtet und dann haben wir das Ganze hier zusammengesteckt und können das schon gleich befüllen. Ja, Gumminupsel geöffnet und dann hauen wir uns da Liquid rein. Gumminupsel wieder aufstecken, schön feste Andrücken und dann können wir das Ganze in die Box reinschmeißen. Ja, den Kraken-Tank schmeißen wir jetzt einfach hier bei mir, hier ist es jetzt hier die Cusulu IO-Box 18650 und mit dem Drip-Tipp hier oben kann ich das hier gleich festdrehen und quasi mit der Spannnuss haben wir das dann justiert und befestigt und können dann loslegen und quatschen gleich oben im Fazit über Pro und Contra. Da sind wir zurück mit der Cusulu 850 RBA für Borotanks. Ja, RDL-Bridge finde ich auch, DL müsste da noch mehr Durchzug sein. Also für mich ein RDL-Bridge und ja, kommen wir zu den Pro und Contras. Ja, was ich doof finde, dass keine Größeangaben auf den Airpens ist. Also wenn wir da, ja da kann man suchen, wen man will, man findet da nichts drauf. Also so eine Lasergravur wie bei den meisten auch, fände ich da schon mal ganz cool. Das Deck könnte etwas, ja an der Glocke etwas besser halten. Das ist, es hält so gerade eben, wenn man es so einführen will, auch beim Rausnehmen, um vielleicht mal zwischendurch an das Deck zu kommen, sodass man nicht den ganzen Tank leer machen muss. Ist es natürlich praktisch, wenn es ganz leicht geht, aber es könnte ein bisschen ticken fester sein, finde ich. Ja, und dann keine Anleitung dabei, finde ich immer doof für alle Neueinsteiger oder Neuwickler, die sich so eine RBA anschaffen oder so eine Bridge. Ist ja oft so, dass da keine Anleitung bei ist, wie Coilhöhe und Wattemenge, wie verlege ich das oder so. So ein paar Hinweise zumindest, fände ich ganz gut. Ja, kommen wir zu den Pros. Soweit ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es wäre ein 6ml Tank. Steht leider in der Anleitung jetzt auch nicht drin. Vielleicht weiß das einer, kann es bestätigen oder so oder meckern, dass es halt nicht so ist. Also ich meine, es wäre ein 6ml Tank. Finde ich schon mal gut, also wirklich sehr groß, weil halt hier unten halt nur dieses Schmale habt hier oben. Ihr habt natürlich dann unten keinen großen Platz für RBAs mit irgendwelchen großen Airflow-Dinger oder so zum Verstellen habt ihr da nicht. Aber bei denen mit Airpins ist das schon mal vorteilhaft und habt dadurch auch einen großen Tank. Wenn natürlich auch dann diese Bitsch da nicht so riesig ist, die ist ja auch recht klein gebaut und dadurch hat man natürlich mehr Füllvolumen. Ja, die Bottom Cap unten aus Metall hier unten finde ich schon mal vorteilhaft. Schön robust und stabil. Das finde ich dann Pro leicht zu wickeln. Auf jeden Fall. Habt ihr gesehen, es ist eigentlich kein nicht schweres Ball. Mach die Schrauben raus. Beinchen unten in diese leichte Mulde. Da liegen die gut drin. Kann man schön festziehen. Waterverlegung auch easy eigentlich. Ja, man muss da allerdings ein bisschen Erfahrung mitbringen. Also für Anfänger kann sein, dass ihr da mal vielleicht ein bisschen zu viel Watte habt am Anfang. Ich habe es auch oft so, dass der immer ein bisschen nachzischt. Aber bis jetzt keine Dry-Hits gehabt zum Glück. Also wenn man da wieder zu wenig nimmt, dann kann sein, dass das da wieder geflutet wird. Also da muss man herausfinden. Das ist von der Watteverlegung vielleicht nicht so ganz easy. Da muss man schon ein bisschen Gefühl verentwickeln. Auch von der Coil-Wickel, also reinlegen und Schrauben ist es schon mal ganz easy. Dann haben wir die 5 Air-Pins dabei. Also von RDL bis DL. Das kommt natürlich immer darauf an, ab wann für ein DL ist. Für mich ist es allerdings ein reiner RDLer irgendwo restriktiv in wieder Abstufung. Dann haben wir Ersatzdichtung sind dabei. Auch top. Wunderbar. Kann man immer wieder was austauschen. Und man kommt dann halt immer noch gut ans Deck dran. Was natürlich wieder ein Vorteil ist, wenn man da mal dran muss zwischendurch. Aber ich finde es immer schöner, wenn die Base an der Glocke quasi fester ist. Weil bei vielen ist es so, das fällt ja fast auseinander. Das liebe ich dann zum Beispiel bei der Pantakaifun BB, weil es halt mit Gewinde ist. Man kommt aber allerdings dann auch wieder nicht mal eben unten dran. Ja, das machen wir natürlich auch. Muss man abwägen, was man mag und was man nicht nehmen möchte. Ja, dann kommen wir, ja Luft. Klar, könnt ihr nur einstellen, wenn ihr unten den Pinten wechselt. Dann müsst ihr halt den Tank nochmal rausnehmen und könnt dann von unten austauschen. Ja, ich habe es jetzt, was war das? Die, lass mal gucken hier. Das müsste die, ja, die 3,2er. Ja, ist für mich RDL. Nicht ganz straffes, aber gutes RDL. Das kann man sich natürlich dann gut justieren mit den Dingern. Wenn ich jetzt mal den Deckel drauf mache, ich weiß nicht, ob das dann, wenn man das hört, ob das sehr laut ist. Nein, eigentlich nicht. Ich finde es also nicht zu laut. Ich finde das noch ganz okay. Ja, also mir gefällt das von der Lautstärke, ist das Ganze in Ordnung. Und vom Geschmack her, wenn man eine gute Call reinmacht. Also ich hatte mal Rundrad drin. 0,5 Wahl Rundrad. Habe dann auf 3 mm auch gemacht. Fand ich Geschmack wird ein bisschen schwächer. Und wenn ich jetzt hier so eine Alien drin habe, das bringt dir mal doch ein bisschen mehr Geschmack bei solchen Geschichten. Ja, das war es von mir. Müsst ihr natürlich selber wissen, ob so eine Bitch was für euch ist oder nicht. Also den Krakentank finde ich zum Beispiel schon mal sehr geil. Den nutze ich auch gerne mit der Kaipfunden-BB. Und RDL, wer RDL mag, da finde ich die Bitch eigentlich auch super. Kommt mir super mit klar. Und hat mir bis jetzt im Test sehr gut gefallen. Denn, wie gesagt, müsst ihr selber wissen, ob das was für euch ist oder nicht. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr das Video geschaut habt. Und sage bis zum nächsten Mal, bis der Finti ein neues Video hat. Und es wird wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar IO-Geräte kommen. Ist ja im Moment eine Mode, ne? Wieder so. Aber ist ja okay. Jedem, das war der Wille. Also bis dahin, bis der Finti ein neues Video hat. Ciao. Dramatik. Dramatik.